Warren Buffetts legendärer Aktionärsbrief, warum eine Entscheidung dein finanzielles Leben verändern kann. Lektionen aus dem diesjährigen Aktionärsbrief. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Das nächste Online-Seminar von Geldbildung, das findet statt am Samstag, den 18.03. von 9 Uhr bis 18.30 Uhr und zwar in einer kleinen Runde. Das heißt, das ist keine Massenveranstaltung, sondern das ist ein sehr persönliches, ein sehr privates Format. Du kannst an diesem Tag auch alle deine Fragen stellen, die du hast zum Thema Geldanlage. Du lernst sicherlich auch von den Fragen der anderen Teilnehmer. Du hast nach diesem Tag dann auch einen konkreten Fahrplan, wie du jetzt in 2023 erfolgreich neues Kapital investieren kannst. Wir werden auch darüber sprechen, wie du kurzfristig kapitalsicher parken kannst und über viele weitere Themen. Wenn du jetzt am 18.03. noch dabei sein möchtest, dann gehe am besten baldmöglichst auf geldbildung.de. Dort findest du dann den Link zur Veranstaltung und kannst dir noch deinen Platz für diesen Tag sichern. Jetzt möchte ich eine Teilnehmerstimme zitieren und zwar schreibt Dr. Ilona Bögl folgendes über die Seminare von Geldbildung. Zitat Anfang Das schreibt Dr. Ilona Bögl über die Seminare von Geldbildung. Und wenn du jetzt noch dabei sein möchtest am 18.03., dann gehe jetzt baldmöglichst auf geldbildung.de slash Seminare und dann freue ich mich, wenn wir uns dann virtuell an dieser Veranstaltung kennenlernen. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über den aktuellen Aktionärsbrief von Warren Buffett. Der wurde jetzt im Februar 2023 veröffentlicht und zwar dementsprechend für das Geschäftsjahr 2022 und in den letzten Jahren. Da haben wir uns immer wieder diese Aktionärsbriefe angeschaut und besprochen, was sind da vielleicht spannende Punkte, die du auch mitnehmen kannst dann aus diesen Briefen als ganz normaler Privatanleger. Und heute besprechen wir jetzt eben die aktuelle Variante, die aktuelle Veröffentlichung von diesem Aktionärsbrief, weil dort auch wieder einige interessante Aspekte dabei sind. Bevor wir dort reingehen, vielleicht noch einige Hintergrundinformationen zu Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, das ist ein amerikanisches Investmentkonglomerat. Die Gesellschaft investiert im Endeffekt in zwei verschiedene Arten von Firmen. Das heißt, einerseits kaufen sie Firmen zu 100% und auf der anderen Seite, da bauen sie dann Minderheitsbeteiligungen auf an börsennotierten Gesellschaften, zum Beispiel wie an Apple oder wie an Coca-Cola. Das heißt also, das sind die zwei Arten im Bereich der privaten Firmen. Da gehört ihnen zum Beispiel Netchats. Das ist eine Chartergesellschaft für Privatchats. Hier war es so, dass Warren Buffett dort selbst Kunde war und dann begeistert war von dem Teileigentumsmodell und dann haben sie kurzerhand die gesamte Gesellschaft gekauft und jetzt gehört eben Netchats komplett zu Berkshire Hathaway. Wenn wir uns die Firma anschauen, dann ist Berkshire Hathaway ein wirkliches Schwergewicht. Das heißt, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge, da hat die Gesellschaft eine Bewertung von fast 700 Milliarden Dollar. Das heißt, die Firma zählt damit zu den wertvollsten börsennotierten Firmen in den USA. Es gibt zwei Anteilsklassen. Es gibt die Anteilsklasse A, da kostet eine Aktie ca. 470.000 Dollar und es gibt die Anteilsklasse B, da kostet eine Aktie 300 Dollar. Das heißt, die Gesellschaft ist ein Schwergewicht und besonders spannend ist der langfristige Track-Rekord. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, dann hat einfach Warren Buffett und dann später auch Charlie Munger, dann haben sie einfach zusammen unglaublich viel Wert geschaffen für die Aktionäre und das möchte ich jetzt mal kurz aufzeigen, auch was das bedeutet in Bezug auf den Zinseszinseffekt, wenn wir das Ganze wirklich auf mehr als fünf Jahrzehnte betrachten. Von 1965 bis 2022, da legte die Aktie von Berkshire Hathaway pro Jahr durchschnittlich um 19,8% zu. Der S&P 500 als populärer Index, der legte im gleichen Zeitraum um 9,9% zu im Durchschnitt. Das heißt also, wir können hier eine Outperformance feststellen von der Aktie über mehr als fünf Jahrzehnte im Durchschnitt pro Jahr von ca. 10%, wenn wir das vergleichen mit dem S&P 500. Nicht in jedem einzelnen Jahr natürlich war jetzt die Aktie besser, erfolgreicher, war die Performance stärker, aber einfach über diese fünf Jahrzehnte betrachtet. Gerade auch im letzten Jahr 2022, da konnte die Aktie zum Beispiel mit einem kleinen Plus abschließen von 4%, wohingegen der S&P 500, wie auch viele andere Aktienindizes, deutlich unter Druck geraten sind und der S&P 500, der verlor zum Beispiel im letzten Jahr über 18%. Das heißt also, all along eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte und das siehst du jetzt auch, wenn wir uns das mal anschauen, was hier eigentlich an Wert geschaffen wurde, jetzt für Buffett selbst, für Manga, aber auch natürlich für die Aktionäre, die jetzt seit 40 Jahren, 50 Jahren dabei sind. Wenn wir uns hier mal den Zinseszinseffekt anschauen, dann wird diese Rechnung, die ich dir gleich zeige, die macht dann deutlich, dass es eben ein riesiger Unterschied ist, ob du dein Kapital mit 10% compoundest oder mit 20%. Das ist ein Unterschied all along wegen dem Zinseszinseffekt, den wir kaum greifen können, weil wir eben hier diese exponentielle Entwicklung haben. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wenn wir sagen, 1000 Dollar investiert, über 58 Jahre mit durchschnittlich 20% pro Jahr verzinst, wenn das die Rendite ist im Durchschnitt pro Jahr, dann ergibt es ein Vermögen von fast 40 Millionen Dollar. Das heißt, es entsteht ein riesiges Endvermögen, weil eben der Zinseszinseffekt über 58 Jahre sich sehr, sehr stark entfalten kann und man dann im Prinzip sehr vermögend wird mit nahezu jedem Startinvestment. Zum Vergleich mit 10% pro Jahr, das heißt, wenn wir die Rendite vom S&P 500 nehmen, dann landet man im gleichen Zeitraum bei ca. 250.000 Dollar. Das heißt, der Unterschied, der ist natürlich enorm und das sind genau diese 10%. Das entfaltet sich nicht nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, nach 4 Jahren, nach 5 Jahren, sondern das entfaltet sich über Jahrzehnte. Das heißt, ein solcher Unterschied macht einen kompletten Unterschied all along einfach wegen dem Zinseszinseffekt und der Zinseszinseffekt ist ja der Zins auf den Zins. Das heißt, nach dem ersten Jahr verzinst sich dann im zweiten Jahr auch der Zins, den du im ersten Jahr erhalten hast und so weiter. Und das ist eben sehr, sehr mächtig, das ist dann exponentiell und generell kannst du dir merken, wenn du als Investor, wenn du als Anleger, wenn du im Jahr 20% erreichen kannst im Schnitt, dann compoundest du dich im Prinzip mit jedem Startvermögen, ganz langfristig betrachtet, automatisch in die Millionen, weil eben der Zinseszinseffekt dies tut. Jetzt ist eine Rendite von im Durchschnitt von 20% pro Jahr über 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, das ist die absolute Ausnahme. Das heißt, das ist die absolute Ausnahme, da zählst du bereits dann zu den besten Investoren auf der Welt. Wir sehen es ja hier bei Berkshire Hathaway. Das heißt, die Gesellschaft ist ja heute so groß, weil sie eben das Kapital so stark compounded haben über einen so langen Zeitraum und damit sind sie ja nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Das heißt also, 20% pro Jahr ist eine außergewöhnliche Rendite, langfristig betrachtet, wenn man es immer wieder erreichen kann, im Schnitt, nicht in einem einzelnen Jahr, wenn irgendwie ein Markt, in einen Bullenmarkt übergeht und dann alles sehr stark steigt, dann ist das eine tolle Sache, aber ganz langfristig betrachtet, das ist eben dann die Kunst, wirklich hier diese Rendite zu erreichen und dann wirst du einfach mit jedem Startvermögen am Ende dann auch vermögend, aber es ist wie gesagt die komplette Ausnahme. Wenn wir uns jetzt mal den aktuellen Aktionärsbrief anschauen für das Geschäftsjahr 2022, dann möchte ich hier einige Punkte mit dir teilen, die mir aufgefallen sind. Der erste Punkt, das ist eigentlich der Punkt, der jetzt auch im Titel von dieser Podcast-Folge ist. Das heißt, im Titel von dieser Podcast-Folge, der ist ja, warum eine Entscheidung dein finanzielles Leben verändern kann. Und das möchte ich mal aufzeigen, was Buffett hier schreibt in dem Aktionärsbrief. Und zwar hat er persönlich, das schreibt er auch in dem Aktionärsbrief, hat ja eine Investment-Erfahrung von über 80 Jahren. Das heißt, er hat schon als absoluter Jugendlicher die erste Aktie gekauft. Und er ist heute ja über 90, das heißt, er ist heute 92 Jahre. Mit Berkshire haben sie hier den Track-Rekord von 58 Jahren, hatten wir eben auch besprochen mit dieser Rendite, von durchschnittlich 20% pro Jahr. Und er schreibt in dem aktuellen Aktionärsbrief, dass ganz wenige Entscheidungen, dass die den ganz großen Unterschied gemacht haben in seiner Investment-Karriere. Buffett schreibt, dass circa 12 Entscheidungen maßgeblich den Erfolg definierten. Das heißt, eine sehr lukrative Investitionsentscheidung hat er etwa alle 5 Jahre getroffen. Man würde ja denken, wenn er jetzt hier über 50 Jahre zurückblickt bei Berkshire, dass es vielleicht dann 50, 80, 100, 200 Entscheidungen waren, die dann so in Summe einfach alle wichtig waren und dann in Summe eben zu diesem Erfolg dann beigetragen haben. Aber es ist eben ganz anders. Ganz wenige Entscheidungen, die haben dann einfach das ganze Boot mit nach oben gezogen und die haben auch die Fehlentscheidungen dann einfach überkompensiert, weil das schreibt ja auch, dass sie viele durchschnittliche Entscheidungen getroffen haben. Natürlich waren auch Fehlentscheidungen dabei, aber dass eben die ganz wenigen extrem erfolgreichen Entscheidungen, dass die wirklich dann das Boot mit nach oben gerissen haben. Er nennt hier ein Beispiel, beziehungsweise zwei Beispiele, die möchte ich auch beide aufzeigen jetzt in dieser Podcast-Folge. Und zwar einmal nennt er Coca-Cola. 1994, da hatte Berkshire 400 Millionen Aktien von Coca-Cola akkumuliert, über die vorangegangenen sieben Jahre. Das heißt, man könnte sagen, er hat hier da klassisches Dollar-Cost-Averaging betrieben. Das war dann abgeschlossen 1994. Er hatte also 400 Millionen Aktien aufgebaut. Insgesamt war der Kaufpreis 1,3 Milliarden Dollar und das war damals eine sehr relevante Summe für Berkshire Hathaway. Okay, 1994 erhielt dann Buffett mit seiner Gesellschaft eine Dividende von Coca-Cola in Höhe von 75 Millionen Dollar. Das heißt, er 1,3 Milliarden investiert, 75 Millionen Dollar Dividende, steht irgendwo in einem relativ normalen Verhältnis. Jedes Jahr stieg dann die Dividende seit 1994, also seit sie eben diese Position voll aufgebaut hatten. 2022 lag die Dividende dann bei 704 Millionen Dollar. Ende 2022 war das Coca-Cola-Investment von Berkshire mit 25 Milliarden Dollar bewertet. Das entspricht jetzt ca. 5% des Vermögens von Berkshire. Das heißt, wir sehen hier, dass aus 1,3 Milliarden wurde dann 25 Milliarden und es wurde eine Dividendenrendite auf das Startinvestment von ungefähr 50%. Das heißt, 704 Millionen Dollar Dividende auf ursprünglich 1,3 Milliarden investiert, ist natürlich eine gewaltige Dividendenrendite. Das heißt, das war eine der zwölf Entscheidungen, die extrem wichtig waren für Berkshire Hathaway. Eine zweite wichtige Entscheidung, das war American Express. Hier schreibt er folgendes und zwar, dass sie dort bis 1995 die komplette Position aufgebaut haben und insgesamt bezahlten sie hier den gleichen Kaufpreis, also das war dann ebenfalls wieder 1,3 Milliarden Dollar, wie auch bei Coca-Cola und dann gab es damals eine Dividende von 41 Millionen Dollar und das stieg dann auf 302 Millionen Dollar jetzt im Jahr 2022. Die Bewertung zum Jahresende 2022 lag dann bei 22,4 Milliarden Dollar. Das heißt, bei dieser Position, da haben sie aus 1,3 Milliarden haben sie 22,4 Milliarden Dollar gemacht plus natürlich die ganzen Dividenden, die sie dann über die Jahrzehnte hier verdient haben. Was ist hier die Lektion für Investoren? Das schreibt Buffett auch in dem Aktionärsbrief. Es braucht nur sehr wenige Gewinner und diese überkompensieren für Fehlentscheidungen. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen und sagen, du hättest 10.000 Dollar 1994 in Coca-Cola investiert, das ist vielleicht ein realistischerer Wert, wie jetzt hier die Zahlen zu nehmen von Berkshire mit über einer Milliarde, das ist natürlich völlig unrealistisch, aber sagen wir 10.000 Dollar 1994, dann sehen wir auch zum Beispiel, dass diese Position, die wäre angewachsen auf fast 200.000 Dollar ohne die ganzen Dividenden. Das heißt, mit den ganzen Dividenden wäre man natürlich weit oberhalb von 200.000 Dollar. Aber das ist jetzt doch schon auch ein Betrag, der für sehr viele Menschen sicherlich sehr verändernd ist. 200.000 Dollar aus einer einzelnen Entscheidung. Das heißt also, dass wenn ein Unternehmen sehr stark wächst oder langfristig einfach wächst, dass dort bei dem Unternehmen, bei den Umsätzen, natürlich auch der Zinseszinseffekt greift, dann auch bei den Dividenden, wenn sie eine Dividendenstrategie verfolgen und das dann auch sich im Aktienpreis reflektiert, weil der Aktienpreis ist ja ein Spiegel der langfristigen Ertragskraft. Und wenn jetzt hier Coca-Cola einfach über Jahrzehnte so stark wächst, immer die Dividenden weiter erhöht, dann ist eben auch eine solche Performance möglich und dann kann ein einziges Investment einen sehr großen Unterschied machen. Und das ist jetzt hier eine Aktie. Meine Erfahrung ist, dass es auch sonst vergleichbar ist. Das heißt, sei es im Immobilienbereich, dass dort dann zum Beispiel ein Deal, der hat dann den Unterschied gemacht, der war dann wirklich extrem wichtig insgesamt, weil der einfach sich als so lukrativ langfristig herausgestellt hat, was man gar nicht unbedingt wusste. Das heißt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Buffett zum Zeitpunkt, wo sie die Position aufgebaut hatten bei Coca-Cola, dass er da gesagt hat, das wird so und so sein. Weil das kann man natürlich schwer abschätzen. Man sagt halt, das ist ein attraktives Asset, das wächst immer weiter und dann muss man das mal arbeiten lassen, weil es könnte natürlich immer auch sein, dass irgendwann etwas kommt, wo sich dann das verändert. Aber generell dieser Punkt, dass eben wenige Entscheidungen, eine Entscheidung, zwei Entscheidungen, drei Entscheidungen, vier Entscheidungen, dass wenige Entscheidungen, dass die einen ganz großen Einfluss haben, können auf dein Endvermögen, dass man natürlich nicht unbedingt genau weiß, welche Entscheidung das ist, aber es sind wenige Entscheidungen dann am Ende. Und wenn man jetzt eben sehr bewusst Entscheidungen trifft und dann verschiedene Boote im Rennen hat, dann kann ein Boot eben komplett ausreichen, dass es dich dann wirklich hier am Ende rausreißt. Aber die Voraussetzung ist ja die folgende, wenn wir das jetzt im Aktienbereich nehmen, dann ist die Voraussetzung, dass du sitzen bleibst. Das heißt, auch bei Coca-Cola gab es natürlich große Drawdowns. Das heißt, dass die Aktie prozentual zweistellig gefallen ist, die schwankt natürlich auch und da muss man dann sitzen bleiben, weil hätten sie einfach vorzeitig dann, weil zum Beispiel sie jetzt sagen, okay, die Aktie geht jetzt um 15% unterhalb von dem Einstiegskurs, jetzt verkaufen wir die Position, dann hätten sie ja niemals diese Erfolgsgeschichte schreiben können mit der Position. Das heißt, sie haben sich halt das Business angeschaut, das hat sich immer weiterentwickelt und der Mr. Market hat natürlich auch mal ganz andere Preise zugerufen, einfach weil das natürlich auch mit dem allgemeinen Aktienmarkt dann mit einhergeht. Das heißt, wenn wir einen Crash sehen, dann kann sich auch die Aktie von Coca-Cola natürlich da nicht komplett entziehen. Das heißt, das Sitzenbleiben all along, das ist natürlich eine Voraussetzung, dass man dann auch wirklich so große Gewinner realisieren kann und der andere Faktor eben, dass man nicht unbedingt weiß, welche Position das sein wird, aber es reicht ein Gewinner für den Normalbürger, sage ich mal, dass man einen sehr großen Unterschied hat. Es reicht ein Immobilienkauf, wenn der sich als sehr lukrativ darstellt, dann reicht es möglicherweise, dass man eben hier finanziell komplett anders dasteht. Es reicht eine Entscheidung, ein Unternehmenskauf oder irgendetwas anderes, wo dann eben sehr langfristig den Unterschied macht. Und das ist eben hier der Punkt 1 für dich. Das heißt, eine Entscheidung kann dein finanzielles Leben verändern mit den Einschränkungen, die wir jetzt eben diskutiert haben. Dann der zweite Punkt, die zweite Lektion, die man mitnehmen kann aus dem diesjährigen Aktionärsbrief, das ist das Thema gelistete versus nicht gelistete Unternehmen. Die Börse ist nicht immer effizient und das ist eine große Chance. Das heißt, wie ich eingangs sagte, da investiert Berkshire Hathaway ja in zwei Geschäftsmodelle, gelistete Gesellschaften, also zum Beispiel eben Apple, American Express, Coca-Cola und eben nicht gelistete Themen, wo sie dann die gesamte Gesellschaft kaufen, wie jetzt zum Beispiel eben diese Chartergesellschaft für Privatschats, Netchats. Und Buffett schreibt in dem Brief, dass es eben von Zeit zu Zeit die Möglichkeit gibt, dass man ein tolles Geschäft zu einem attraktiven Preis kaufen kann. Er schreibt, dass börsennotierte Firmen, dass die oft zu einem albernen Preis gehandelt werden, also in beide Richtungen. Das heißt, dass die viel zu teuer sind oder viel zu niedrig sind. Aber dass der Markt nicht komplett effizient ist, dass das nur in der Theorie der Fall ist. Weil in der Theorie ist es ja so, dass alle verfügbaren Informationen eingepreist sind und der Markt eben immer ganz effizient durch Angebot und Nachfrage eben hier auch eine Aktie dann bepreist. Da sagt Buffett, das ist nicht der Fall. Es gibt Ausschläge in beide Richtungen. Das ist dann der Markt, den man gern auch als Borderliner bezeichnet. Das heißt, dass das Ganze sich in Extremen abspielt, also extreme Gier, extreme Euphorie oder extreme Angst, extreme Panik. Das heißt, das meint er im Prinzip damit. Und er schreibt aber, dass bei nicht börsennotierten Firmen, zum Beispiel Netchets, da verhält es sich anders. Weil sie werden manchmal zu wesentlich höheren Preisen im Vergleich zum Wert gehandelt, jedoch nahezu niemals zu großen Abschlägen auf die Bewertung. Der Eigentümer einer privaten Firma hat außer unter Zwang keinen Grund, seine Firma zu rekordtiefen Bewertungen zu veräußern. Was meint er damit? Damit meint er, dass wenn eben Panik aufkommt, zum Beispiel nehmen wir März 2020, dann ist es so, dass die Börse das natürlich sofort reflektiert. Das heißt, dass dann eben die Preise dramatisch fallen. Die Unsicherheit, die wird sofort reflektiert, dann im Aktienpreis. Und was ist eine Aktie? Eine Aktie ist ein Anteil am Geschäft. Das heißt, es ist einfach ein Anteil. Und diese Abschläge in kurzer Zeit, zum Beispiel, wie wir es im März 2020 gesehen haben, sowas sieht man im privaten Bereich aus seiner Sicht nicht wirklich, weil dann einfach Leute halt nicht verkaufen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen, das war ja Mitte Februar, da war der Hochpunkt Mitte Februar 2020 und dann innerhalb von wirklich wenigen Wochen, da ging es dann ja wirklich sehr, sehr stark nach unten, also über 30% beim S&P 500 zum Beispiel und dort konnte man dann plötzlich große Discounts bekommen. Aber im privaten Bereich eben wäre das nicht der Fall, weil dann einfach niemand sagen würde, ich verkaufe jetzt die Firma zu 30% weniger, wie zum Beispiel jetzt NetChat. Natürlich ist der Faktor komplett runtergegangen, dass natürlich die Gesellschaft natürlich auch weniger wert wäre jetzt im Corona-Crash, aber dann wird das halt nicht verkauft. Das heißt, dann bleibt man einfach sitzen, man hat nicht diese Optionalität, dass diese Anteile gehandelt werden und immer ein Ticker halt dran steht. Und das ist dann im Endeffekt der Unterschied. Er meint es sicherlich hier auch in Bezug auf größere Gesellschaften wie eben NetChats oder andere große nicht gelistete Gesellschaften, weil aus meiner Erfahrung gibt es natürlich schon auch kleinere Unternehmen, wo dann einfach mal unter Not irgendwas verkauft werden muss, aber er redet hier ja auch von größeren privaten Unternehmen. Das heißt, das ist hier sicherlich ein Faktor, dass man eben hier im gelisteten Bereich von Zeit zu Zeit die Chance hat, wenn die Panik hoch ist, wenn die Angst hoch ist, dass man dort einfach dann auch wirklich Chancen hat. Und generell das Thema der Stimmung, das heißt Angst, Panik, Geh, Euphorie, das besprechen wir immer wieder auch im Newsletter am Sonntag. Wenn du dort noch nicht dabei bist, dann kannst du dich gerne eintragen unter geldbildung.de. Das heißt, da hatten wir zum Beispiel auch dann im März 2020 das Thema, dass wir die Rekordpanik gesehen haben oder auch jetzt im vierten Quartal in 2022, da ging es auch darum, dass einfach die Angst da sehr, sehr hoch war. Gibt es verschiedene Faktoren, wo man das ablesen kann. Das heißt, wenn du dort einfach auch immer wieder Informationen bekommen möchtest, jeden Sonntag, dann gerne eintragen unter geldbildung.de. Das heißt also, die Börse, die bietet einem Chancen, weil es eben hier diese Abschläge gibt von Zeit zu Zeit. Dann der dritte Faktor, die dritte Lektion, das ist das Thema der Aktienrückkäufe. Das heißt, Aktienrückkäufe sind zuletzt auch stark in die Kritik wieder geraten, weil einfach hier amerikanische Unternehmen, vor allem auch jetzt in den Boom-Jahren, da haben sie sehr, sehr viele Aktien zurückgekauft, teilweise das Ganze dann auch auf Kredit gemacht und Buffett ist auch ein Fan von Aktienrückkäufen, aber unter einer Bedingung und die schauen wir uns gleich an. Unternehmen können über zwei Wege aktionären Geld zurückgeben, entweder Dividende oder Aktienrückkäufe. Berkshire Hathaway zahlt keine Dividende, sondern setzt eben opportunistisch auf Aktienrückkäufe und hier ist es so, dass sie nur dann Aktienrückkäufe machen, wenn sie glauben, dass der Rückkaufpreis von der Aktie von Berkshire Hathaway einfach deutlich unterhalb von dem intrinsischen Wert von der Aktie liegt. Das heißt, wenn Buffett Munger, wenn die sich das anschauen und sagen, die Aktie, nehmen wir die Anteilsklasse B, die kleine Anteilsklasse, die Aktie ist eigentlich 400 Dollar wert, 350 Dollar wert und jetzt aktuell steht die bei 300 Dollar, dann haben wir einen Abschlag und dann schaffen wir Wert für alle Aktionäre, wenn wir dann eben zu 300 Dollar, wenn wir die Aktie zurückkaufen, was sich dann einfach der Anteil von allen bestehenden Aktionären erhöht. Und 2022, da hat Berkshire 1,2% der ausstehenden Aktien zurückgekauft, das heißt, sie haben da Milliarden in die Hand genommen, insgesamt fast 8 Milliarden Dollar und wenn man sich die Daten vom vierten Quartal ansieht, dann haben sie dort beispielsweise bei der kleinen Anteilsklasse B durchschnittlich einen Rückkaufspreis bezahlt von 304 Dollar und aktuell steht die Aktie bei 310 Dollar, das heißt, da kann man immer ableiten, dass zum Beispiel, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, dass sie gesagt haben, die Aktie ist deutlich mehr wert, weil sie eben, weil sie da sehr, sehr sensibel vorgehen, also weil sie wirklich nur kaufen, wenn sie viel mehr Wert sehen und das ist am Ende dann eben wertsteigernd für jeden Aktionär. Weil natürlich, wenn es weniger Aktien gibt, dann verteilt sich der Gewinn auf die geringere Anzahl an Aktien und dann steigt eben der Gewinn je Aktie. Aber das Entscheidende ist eben, dass das Ganze nur dann durchgeführt wird, wenn eben der Preis richtig ist und teilweise sieht man das, dass eben gerade in Boomphasen dann, dass da dann viele Aktienrückkäufe gemacht werden und das ist natürlich dann nicht besonders sinnvoll, wenn im Prinzip das Management Aktien der eigenen Firma zurückkauft, wenn es gerade, wenn die Aktie total überbewehrt ist, wenn es ein riesen Boommarkt ist, weil dann natürlich wirklich Geld vernichtet wird. Das heißt, das ist vielleicht der Faktor, dass Aktienrückkäufe auch ein super Weg sind, um eben Geld zurückzugeben mit dieser einen Bedingung. Dann der vierte Punkt, den finde ich auch extrem wichtig und zwar, das hat er ja schon oft geschrieben in den letzten Jahrzehnten, aber das Berkshire Hathaway, dass die immer ausreichend Cash halten werden, um nie in Bedrängnis zu kommen. Das heißt, Berkshire wird jedes Verhalten vermeiden, das zu einer Situation führt, wo sie in schwierigen Zeiten Cash benötigen. Der CEO von Berkshire, das schreibt Buffett, der ist stets auch der Chief Risk Officer und dieses Amt ist nicht zu delegieren und ihre zukünftigen CEOs, die werden stets einen signifikanten Anteil ihres Nettovermögens in Aktien von Berkshire haben. Wenn wir uns die Daten anschauen, dann hat Berkshire Hathaway per 31.12.22 aggregiert 125 Milliarden Liquidität, wobei sie davon knapp 95 Milliarden in kurzlaufenden Staatsanleihen halten. Das heißt, hier sieht man, dass sie extrem viel Liquidität halten. Sie würden sicherlich auch einen Teil investieren, wenn sie Chancen sehen, aber generell, dass sie immer eine bestimmte Liquidität halten, um niemals in Bedrängnis zu kommen und das ist etwas, was du auch als Privatanleger übernehmen kannst. Das heißt, dass du einfach immer eine bestimmte Liquidität hast, zum Beispiel drei Monate, sechs Monate von deinen Ausgaben, vielleicht auch zwölf Monate, wenn du selbstständig bist, vielleicht auch noch mehr, damit du nie in Bedrängnis kommst, weil du immer sagen kannst, kurzfristig gibt es kein Thema, du hast Zeit, um Themen zu regeln und nicht, dass du zum Beispiel eben kurzfristig dann zum falschen Zeitpunkt Aktien verkaufen musst, Immobilien verkaufen musst, etc. Und man sieht auch, dass eben jetzt in Dollar, weil da gibt es ja kein Fremdwährungsrisiko für die, dass eben in Dollar die sicherste Variante ist, kurzfristig Geld zu parken, jede Summe zu parken, das sind eben kurzlaufende Staatsanleihen, kurzlaufende amerikanische Staatsanleihen, da sind wir hier eben aktuell bei um 5%, das heißt, dass die damit auch richtig Geld verdienen, also die verdienen damit, wenn wir sagen 100 Milliarden, verdienen die 5 Milliarden nur an Zinseinnahmen, also das ist natürlich wahnsinnig, weil das vor ein, zwei Jahren war das im Prinzip 0% und jetzt verdienen sie 5 Milliarden auf diese Cash-Position, das heißt also, das ist auch ein Thema, egal welche Summe du hast, dass eben hier Staatsanleihen, kurzlaufende, da ist es zumindest so, dass es eben halt kein Ausfallrisiko gibt und hier sehen wir auch, dass sie halt sehr, sehr stark darauf setzen. Das waren jetzt hier die Punkte, die ich mit dir teilen wollte und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons Learned der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über folgendes Thema gesprochen, eingangs die Rendite analysiert, 20% pro Jahr im Schnitt bei Berkshire versus 10% über mehr als 5 Jahrzehnte, das macht einen riesigen Unterschied im Endvermögen aus, wir haben uns angeschaut, dass eben wenige Entscheidungen den großen Unterschied ausgemacht haben, bei Berkshire, also wenige Investitionsentscheidungen, das war zum Beispiel Coca-Cola, das war auch American Express und das ist auch übertragbar auf dich als Privatanleger, dass wahrscheinlich wenige Entscheidungen, vielleicht auch nur eine Entscheidung, dass das dann am Ende wirklich dann entscheidend sein wird für dein Endvermögen. Wir haben zweitens uns angeschaut, gelistete versus nicht gelistete Unternehmen, dass eben gelistete Unternehmen, dass es da ab und zu immer wieder Chancen gibt, wenn eben hier die Börse irgendwo in Turbulenzen kommt, weil der Markt nicht komplett effizient ist, dann dritter Faktor, Aktienrückkäufe sind werthebend, wenn sie zum richtigen Preis durchgeführt werden und Berkshire wird viertens immer ausreichend Cash halten, um nie in Bedrängnis zu kommen, auch das können wir als Privatanleger übernehmen. Und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Warren Buffett. Remember that the stock market is a manic-depressive. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite. Börse und Kapitalmarkt